Wasch da los? Mitten im Blütenbuckwald ist ein Forscher, der einfach nur nach einem Knill sucht und dann kommt diese merkwürdige Gestalt und macht uns blöd von der Seite an? Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst mir zu lang hier im Blütenwald herum. Die War 3 hat mich ganz krank gemacht, deshalb knöpfe ich mir dich jetzt einfach direkt vor. Du bist ein Forscher der Devon Corporation, stimmt's? Du hast so wichtige Dokumente, die wir brauchen. Rück sie raus und zwar schnell! Ah, Hilfe! Du bist ein Pokémon-Trainer, du musst mir helfen, bitte! Äh, was hast du denn vor? Willst du mir mit diesem Forscher ein Verdeckung geben? Wer sich dem Team Magma in den Weg stellt, kann keiner Rücksicht erwarten, egal ob Kind oder Erwachsener. Ich werde keine Gnade zeigen, also los, lass uns kämpfen! Ich will auch eine coole Pose vorm Kämpfen, würde ich mich erst hier in Form bringen. Team Magma Rübel, ich war nur auf den Tag, wo die Rübel eigene Namen bekommen, das hätte was. Rübel 1, Rübel 2, Rübel 874. Oha, Kampf der Pfiffchen, in einer Art niedrigeren Level. Dann, 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 Sandwirbel. Sandwirbel! Mach's schützlich! Schon nur einmal angewendet, kann das richtig viel ausmachen. In diesem Falle allerdings leider nicht, das ist schade, Mammelörde. Damit freuen wir, wenn der nächste Angriff von dem gegnerischen Pfiffchen daneben geht. Da hast du! Nom 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 nom! Da musst du dreimal treffen. 7 AP, kannst du mal was anderes? Ich hasse euch. Wenn jetzt meine Attacken der Leben gehen, dann gibt's aber mal echt hier mit der Rute. Und zwar nicht mit dem roten Schlag, nein. Ein bisschen blöd gemacht. Na, naja. Oh, ja klar! Gut, da hat er zweimal Sandwirbel gemacht. Muss man zugeben, aber trotzdem reg ich mich jetzt einfach auf. Ich reg mich auf hier. Uah! Jetzt ist gut, nur einmal treffen und das Pfiffchen ist rasiert. Wer suchet der Pfiffchen? Da haben wir's. Wird mir auch nicht mehr viel zu ein. Ach, mein großer, danke. Level up, komm. Tackle oder sowas. Buddy Slam. Ach, das war alles, was er hatte. Du bist ja richtig stark. Tja, ich bin halt einfach... Ach, wie kannst du es wagen, dich mit Team Magma anzulegen? Dieses Schmach kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Aber meine Pokémon sind alles im Dorf Gefecht. Denn der Rewon steht damit außer Frage. Na gut, ich bin ohnehin unterwegs nach Meta-Ross-City. Wir haben dort nämlich noch eine Mission zu erfüllen. Du kannst von Glück reden, denn auf diese Weise kommst du mir nochmal mit einer Verwarnung davon. Tja, ja, ja. Boah, das war keine mehr als knapp. Ohne dich wären diese wichtigen Dokumente in die falschen Hände geraten. Weißt du was? Ich schenke dir was. Hier, als kleines Dankeschön. EP-Teiler? Ha, okay. Der EP-Teiler ist ein ultra-nützlicher Apparat. Ich muss mein gesamtes Gehirnschmalz anstrengen, um diese Wundermaschine zu entwickeln. Wenn du den EP-Teiler einstellst, erhalten nach einem gewonnenen Kampf alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte, selbst wenn sie nicht an einem Kampfgeschenk teilgenommen haben. Probier ihn unbedingt mal aus. Wir haben noch ein technisches Wunder für dich parat. Ich heile jetzt nämlich dein Team. Schwuppdiwupp. Heftig, wie die ihr alle heilen können. Aber ich find's geil. Aber einen Augenblick. Sag mal, meint diese Schuft von Team Magma nicht? Er sei auf dem Weg nach Meta-Ross-City. Oh nein, es ist ein riesiges Problem. Ich darf keine Zeit verlieren. Was ist jetzt mit deinem Knilz? Was ist mit deinem Knilz? Oh, dann... ...nehm ich eben diesen Knirps. Hey du, geht es deinen Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du Kämpfe weiden willst, machst du besser einen großen Bogen ums rohe Gras? Geht nicht immer, ne? Und du so? Wenn man einen Käfer-Pokémon mit in die Schule bringt, ist man bei den anderen sicher gleich beliebt, oder? Klar, vor allem die Mädels, sie stehen da drauf. Gernot, Ninkada. Hm, schönes Ding. Ninja-Toben. Das wär doch mein Team-Mitglied. Ne. Ganz vergessen. So, komplett geheilt. Finde ich geil. Auch alle 15 AP von Feuerzahn wieder voll am Start. Pfiffchen schlägt sich hier hervorragend durchs Gemüse. Also der Wald ist für ihn gemacht. Ist mir egal, ob Pfiffchen höheren Level bekommt als wie Tropi. Das ist sein Ding hier. Feuerzahn. Okay, wir haben den IP, den kann man außen anschalten. Das ist wie in der ersten Generation fast, ne? Danach konnte man immer ein Pokémon geben. Das fand ich dann irgendwie auch sinnvoller. Äther. So, okay, da ist schon wieder der Ausgang. Aber, ach, hier sind's doch schnell, der Büsche. Immerhin sehen sie auch inzwischen so aus, als könnte man nicht dran vorbei. Nicht so wie früher, irgendwie. Also, ich hau ab und oha. Zwischensequenz, geil. Hier spricht das Blütenburg-Kommando. Könnt ihr mich hören? Kommandantin Jörr, das ist, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist fehlgeschlagen. Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl. Ja, verstanden. Ich werde weitere Nachforschungen zu jeder Energie anstellen. Puh. Diese Träne hatte ganz schön was auf dem Kasten. Ja. So bin ich halt, ne? Ich bin doch einfach der Beste und das Allerbeste an mir ist meine absolute Bescheidenheit. Gut, geht mal her. Ich glaube, da in einem Häuschen bekommen wir noch was gesagt dazu, ne? Also die Route hier, die kenne sogar ich. Der ich, äh, Rubin und Sophia nicht Milliarden Mal gespielt habe, sondern nur zwei, drei Mal. Kann man hier dahinter schauen, vielleicht. Was ist denn das jetzt? Bin jetzt einfach neugierig, was das ist für ein Pokémon. Sah aber einfach aus wie ein Zickzacks oder sowas. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn! Was ist an dem so besonders? Mir egal. Verschwinde! Hält sogar aus! Hält es sogar aus! Wenn er jetzt mein Pfüffchen vergiftet hätte, dann hätte ich ihn mit dem Hals umgedreht. Am besten mit dem Feuerzahn. Geh baden, leg dich auf die Seite. Ah, der EP-Teiler? Na gut, noch ist nicht schlimmer, der EP-Teiler. Da wisst ihr, da werden wir noch keinen. Wenn ich eins finde, sollte ich mal einen Zickzacks fangen. Für später für einen Zerschneider. Oder generell für VMs, ne? Bis wir das komplett verteilt haben. Oh, Schwalbini! Ich hätte das schon gerne irgendwie. Nein, ich trainiere es nicht. Es kamen nämlich Vorschläge von euch, was ich so alles trainieren kann. Unter Part 2. Ihr habt gute Ideen! Kann man nicht anders sagen. Ich werde da schon ein bisschen... Ich hatte schon mit dem einen oder anderen recht. Geil wäre auch Tropios. Aber das ist so selten. Hatte ich damals echt Probleme, das in meinem Pokédex zu bekommen. Ja, und auch, äh, was auch cool wäre, Knacklion, Libeltra. Aber Pokémon Platy Platin hat man das schon bis auf Level 100 gebracht. Deswegen diesmal keins. Aber kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Hallo! Willkommen im Blumenladen Blütentraum. Unser Motto lautet, verwandel die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Aha, LP Markus. Das ist aber echt ein hübscher Name. Gleich mal auf YouTube gucken. Möchtest du etwas über Bären lernen, LP Markus? Braunbeeren, Weißbeeren. Ey, dass ich die pflanzen kann und sowas, ne? Hallo! Je mehr Hingabe du in die Zucht und Pflege eines Gewächses steckst, desto schöner wird es blühen und umso mehr Früchte wird es tragen. Auch du hast Blumen gerne. Das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Hier, ist das für dich? Ah, die Weilmerkanne. Die brauchen wir. Die ist, glaube ich, wichtig. Genauso wie die Schickikanne in, äh, Joto. Cool, gut erschierbar. Ich will so sein wie meine großen Schwester und es wird züchtig auch Blumen. Ja, das ist für dich. Ja, na go, Bären. Ja, haha. Gut, hast du noch was? Wenn du im Karten die Option Bären auswählst, siehst du alle Orte, wo du Bären angepflanzt hast. Und es wird noch besser. Wenn die Bären an dieser Orte reif sind, erscheint eine Bärenliste das zu hatten. Na, wie es ein Bärensymbol. Also vergiss nicht öfters mal einen Blick in die Bärenliste zu werfen. Ich pflanze keine Bären an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt uns in die Kommentare schreiben. Wer macht denn sowas? Es liegen doch eh überall genug Bären rum. Hey, wie läuft's? Ich liebe es, mir die Lungen aus dem Hals zu schreien und im Esch um meine eigene Stimme zu lauschen. Ich würde damit mal zum Arzt gehen. Hier, das schenke ich dir. Also benutze es auch. Mit dieser TM kannst du einem Pokémon eine Attacke beibringen, bei der es mit seiner Stimme angreift. Wenn du sie mehrmals hintereinander einsetzt, wird sie noch effektiver. Also Hand auf! Wiederhall. Okay. Ein Tipp noch. Du kannst jede TM so oft einsetzen, wie du willst. Also experte mich dir ruhig ein bisschen mit ihnen herum. Kann ich? Das ist neu. Okay. Ah, hier, Doppelkämpfe. Ja, ich hätte gerne Doppelkämpfe. Tritt um. Geht das? Nee, das ist kein Doppelkampf. Soll ich kämpfen oder lieber nicht? Ach, was, ich kämpfe. Kämpfe um dein Leben. Bitch. Nein, Elisa. So Turzel. Der war ein bisschen wässriger. Ich habe keine guten Karten. Ich habe keine wirkliche... Ich vergewisse... Ja, es ist sowieso jetzt nicht effektiv. Aber ich kann auch mit Hydroby nichts machen, außer Tackle. Lebensschelle bringt nichts. Gut, es gleicht sich aus. Es könnte auch... Ich glaube, da war Wasserpflanze. Das ist ja so ein Seerosenblatt quasi. Deswegen... Passt schon. Warte, aber... Hast dreien Gesichtsausdruck drauf. Lotho Hetzel. Lotho Hetzel. Ja, Hydroby. So läuft's. Nee, wir machen den IP-Teilen aus. Irgendwie stört er mich. Muss ich jetzt mal dran denken, nach dem... Nach diesem Fight. Steht einfach mal aus, ey. Ihr werdet's sehen. Ich werde's euch mal zeigen, ey. Ich werde meine IP-Teile ausmachen, wie ich noch nie zuvor im Leben einen IP-Teile ausgemacht habe. Aber hallo. Er lernt Biss. Hätte ich mich doch besser anders entschieden. Elisa. Allerdings steht ja jemand so. Ja, IP-Teiler. Pass auf. Allgemeine Basis-Items da, ne? Ausschalten. Also. Find ich gut, find ich gut. Läuft. Erste Generation musste man auf dem PC liegen. Das war noch nicht nervig. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Bitte danke. Da nicht für. Was? Oh. Entschuldigung, ich hab nur einen Hut gesehen. Du bist kein Käfer, sondern du bist eine Lady. Patrizia. Klar. Mit dem Zickzacks. Ja, Freunde. Die werden später noch ein bisschen einfallsreicher. Außer die Rübel von Team Aqua und Magma. Aber sonst. Ja, man hat sich auch ein bisschen was getraut. Also von, ne? Als Rubin und Sophia gemacht wurden. So generell vom. Ich kann Biss übrigens. Endlich mal. Die haben sich da ein bisschen mehr getraut. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass ich Biss gelernt hab. Wie geil ist das denn? Also nicht mehr Team Rocket. Die konnten ja nicht immer nur Team Rocket machen. Sondern da haben sie sich gedacht, wir machen mal zwei Teams. Und zwar. Blau und Rot. Rot und Blau. Edition. Wisst ihr? Zwinker. Natürlich angelehnt an Rubin und Sophia. Das sollte auch wieder an die glorischen Rot- und Blau-Zeiten erinnern. Du meine Güte. Ja. Da, 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 da. Das sieht aus. Könnte ich da lang? Nein. Ah, Doppelkampf. Jetzt geht's ab. Wir sind Zwillinge und deshalb kämpfen wir auch immer zusammen. Also gut, jetzt kämpfst du gegen unsere Pokémon. Fitsch geil. Gina und Mia. Lothurzel und Samurzel. Ja. Das liegt auch ein bisschen strange, aber da, hier geht's ab hier. Was für eine Party. Feuerzahn auf Samurzel. Und, äh, Tackle auf Lothurzel. Ja. Bums. Da, bitteschön. Oh Gott. Ich mag Doppelkämpfe. Davon können sie meinetwegen so viel raushauen, wie sie Bock haben. Das macht die Sache ein bisschen interessanter und pikanter. Autsch. Gut. Brauchst nur noch wiederholen. Und die Fischgesichter sind rasiert. Ne, nicht ganz. Lothurzel wird sogar überleben, wie's aussieht. Aha. Schwieriges Schicksal hier an der Stelle. Meine Helden müssen stärker werden, um in der ersten Arena zu bestehen. Ah. Naja. Hat sich ein bisschen regeneriert, aber... Pfff. Beiß ihn. Beiß ihn. Tackle ihn. Tackle ihn weg. Bums. Oh, lecks die nieder. Level 11. Party, Party, Party. Finde ich gut. Die werden so schnell kronos. Gesichter. Guck ich doch grad mal. Pass auf. Geisterpoké mit normalen Kampfattacken. Ignoriert den Fluchtwert des Zieles. Naja, gefällt mir noch am wenigsten, ehrlich gesagt. Ne. Da ist mir sogar Heuler lieber als Gesichter. Das ist mein Ernst. Scholleckung. Meiner Meinung. Diese Niederlangen kriegen mich auf. Obwohl wir zu zweit sind. Aber ganz während solcher Attacken nutze auch selten jemand, oder? Also wirklich Gesichter, Heuler und so. Weil ein fetter Angriff dabei ist. Das ist verlernt. Und das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. So, jetzt rütteln wir hier mal ein bisschen die Beeren ab. Da unten steht schon jemand. Da guckt mich ganz böse an. Ich gucke mal, was das ist. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Was bist denn du? Siehst du Beeren, die im Lebenboden wachsen, kannst du sie ruhig pflücken. Aber pflanze dafür immer an derselben Stelle eine neue Beere an. Das gehört sich einfach. Ja, das ist für dich. Die bewerfen mich hier mit Beeren. Und du? Wozu soll ich ein Geheimnis draus machen? Ja, ich bin es wirklich. Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Die bittet euch noch nie von mir gehört. Jetzt kommt er mit Karpador. Das war ein Scherz. Du Wasser-Pokémon-Experte. Okay, ich sag nur eins. Wenn da mal ein Arceus sich einmicht. Huiuiui. Hinseider wissen Bescheid. Es hat Blatsche eingesetzt. Es hat überlebt. Pfiffchen. Raus. Ich verachte dich. Ein Scherz. Du musst auch einem Karpador mal eine Chance geben auf einen zweiten Platscher. Nicht wahr? Was soll das jetzt hier? Du bist toll. Du bist dufte. Du bist toll. Das Glas ist voll. Es ist halb leer. Es ist halb leer. Sag dein Gesicht. Ich ist, ich ist, ich ist, ich ist, ich. Schön, dass wir das geklärt haben. Der hat drei Pokémon. Sag mir nicht, das dritte Pokémon ist ein Karpador. Wenn doch, müsst ihr mir einen Kasten Wasser ausgeben. Ja. Ja, ich weiß, ihr habt nirgendwo unterschrieben. Das war irgendwie, irgendwie hat man sich das fast gedacht. Wenn da schon so einer kommt mit dem Wasser Pokémon, dann glaubt man nicht, dass er danach kommt mit dem Lugia. Nee, der ist ja gar kein, der ist ja gar kein Wasser, ne? Das ist, glaub ich, Psycho. Dass er danach kommt mit dem Tourtalk. Ich dachte, er eigentlich wäre recht stark, aber das war enttäuschend. Ich nicke. Ich nicke. Die Enttäuschung sitzt. Tief. Da sind wir doch im Meta-Ross-City angekommen. Was habt ihr denn für Probleme hier? Da ist eine X-Abwehr. Nice. Also ich setze es nie ein. X-Angriff, X-Abwehr, X-irgendwas, X-Box. Ich setze das alles nie ein. Unser Flirt-O-Mater. Das ist also auch bis nach Meta-Ross-City geschafft, LP-Markus. Was für eine riesige Stadt. Dagegen stinkt Wurzelheim echt ab. Schon gewusst, hier gibt es eine Pokémon-Arena. Die steht natürlich ganz oben auf meiner Liste, aber zuerst fange ich mir noch ein paar Pokémon. Bis später. War eine nice Übersicht, also wo er rausgesummt wurde eben, das war schon was gehabt, du. Der alte Seefahrer, Mr. Prack, lebt in einer Hütte am Meer. Er geht sehr oft im Meta-Flur-Tunnel spazieren. Meta-Flur-Tunnel. Pokémon sind schon seltsam und Geschöpfe, egal wie viele Jahre man mit ihnen verbringt. Man lernt jeden Tag etwas Neues über sie. Was sitzen du so da? Heute nichts zu essen bekommen? Jedes Pokémon verfügt einmal eine spezielle Kraft, die Fähigkeit genannt wird. Sitzt er da am Tisch und labert mir diesen einen Text zu. Na, Betten gemacht. Hallo? 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 Oh, jeden Tag wird es schwerer. Was so schwer ist, fragst du? Das ist doch wohl ganz klar. Zu entscheiden, was ich jeden Tag kochen soll natürlich. Ist gar nicht so einfach, jeden Tag eine andere Mahlzeit auf dem Tisch zu zaubern. Ja, wie das halt so ist, ne? Jeden Tag Döner. What? So, nee, Quatsch. Fernseher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Attacken. Aktuell? Mein Name ist Anne Griff und unser heutiges Thema ist die Attacke Psy-Strahlen. Zudem soll ich mir erklären, was an Attacken sich dabei handelt. Bla blabla bla 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 bla. RTL. RTL. Ich will nix einkaufen, ich brauch nix. Ein Pokémon verändert sein Aussehen. Wenn das plötzlich passieren würde, würde ich mich zu Tode erschrecken. Wenn ein Pokémon Erfahrungen im Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass es irgendwann sein Aussehen verändert. Hier sind aber auch wirklich viele Häuser und jeder hat eine Tür. Wenn man einem Pokémon schon einen Spitznamen gibt, dann muss er auch perfekt zu ihm passen. Dann ist ein Organi... 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 Original... Organilität gefragt. Was ist ein Wort? Ich verstehe das nicht. Also, wie kommt man darauf, einem Knilz einen Spitznamen wie Pikachu zu geben? Aber naja, Geschmäcker sind halt verschieden. Aber das ist doch nur, ob man selbst mit seinen Lärms mal zufrieden ist. Knicker. Aber der Knilz, nicht Knallz. Äh, Knilz macht... Oh mein, der Knilz macht Knallz. Ab in den Hals. Der Franz packt die Kuh am Schwanz. So sieht's aus. Benutzt du den Suchmodus deines Pokédex-Navis? Ich hab gehört, wenn man mehrmals der gleichen Art Pokémon begegnet, wird der Suchmodus präziser. Da kann man auch damit seltenere Pokémon ausspüren. So findet man angeblich Pokémon, die ungewöhnliche Attacken kennen oder seltene Fähigkeiten besitzen. Klingt doch... Astrein. Aber irgendwie hab ich ein Déjà-vu. So, einen Haushalt zu schmeißen hält echt auf Trab. Kaum hat man angefangen, ist doch auch rum. Manchmal denke ich jetzt auch drüber nach, eine Pokémon-Haushaltshilfe einzustellen. Einmal Schock. Warum muss ich mir immer noch einen Bruder mit meinem Zimmer teilen? Malte, bin ich raus. Sei froh, die anderen haben überhaupt keine Betten. Ich sag's nur nochmal, ne? Die anderen haben überhaupt keine Betten. Ich weiß halt leider nicht auswendig, wer was hat, ne? Wenn es diese langweilige Schule ist, es gibt in jeder Edition oder ganz vielen Schulen, denen kann man mit Erfolg aus dem Weg gehen. Also diese Schulen regen mich nur auf. Wo man die Tafel liest und die erzählen mir irgendwas von AP und... Nee! Und ihr zwei? Die Arenaleiterin Felicia weiß wirklich eine Menge über Pokémon und sie ist sehr stark. Die Trainerschule ist hervorragend. Wenn du dich dort anstrengen kannst, kannst du später sogar Arenaleiter werden. Ich hab grad gelästert. Lass mich in Ruhe, du Tante. Okay, das waren alles sehr spannende Häuser. Jetzt gucken wir mal hier. Pokémon Center. Mögt ihr das, wenn Leute Pokémon sagen? Guck mal, der da rechts, der sieht wichtig aus. Das ist ein Nintendo-Mitarbeiter. Ja, wenn ihr mal in Nintendo of Europe in Frankfurt wärt, wenn ihr mal so guckt, was für Leute da rein und rauskommen. Die ganzen Japaner in Anzügen. Irgendwie erinnert mich der an den. Oho, hat man dir schon mal gesagt, dass du eine Ausstrahlung wie ein Poké-Fan hast? Ja. Also doch, wie ich's mir gedacht habe. Freak. Game Freak. Sind das Zerschneiderbüsche? Ha. Ha. Warum hat er Zerschneiderbüsche um sein Haus herum? Dieser entschlossene Blick, diese geschmeidigen Bewegungen, dieses gut trainierte Pokémon-Team, das ganz lahm, talentierter Trainer. Na, war das auch jetzt nix. Ich brauch dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du wirst mit dieser Freunden sehr gut umgehen. Kein Grund, bescheiden zu sein. Hier, nimm sie. Krass. War das ja schon immer so? Ein Pokémon, das die Attacke Zerschneider erlernt hat, kann damit Dornenbüsche zerschneiden. Vorausgesetzt, sein Trainer besitzt bereits den Steinorden. Vor allem Attacken können außerdem außerhalb eines Kampfes eingesetzt werden. Willst du meine beste Freundin sein? Mein Papa hat dabei geholfen, Mitteros City zu vergrößern, indem er sein Pokémon mit Zerschneider alle Bäume in dieser Gegend fällen ließ. Deswegen ist er dezente gekennzeichnet hier mit Büschen. Buschmensch. Geheilt habe ich, ja, ich habe geheilt. Alzheimer-Patient. Oh, wen haben wir denn hier ein neues Gesicht in dieser Regen? Bist du gerade aus der Illiché-Trainer-Schule gekommen? Ja, 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 ja. Pokémon, die man per Tausch erhält, steigen schneller im Level auf. Aber wenn du noch nicht genügend Arena-Orden hast, besteht die Gefahr, dass sie denen nicht gehorchen. So viele Leute. Ich habe die Arena-Leiterin ausgefordert, aber es ist nicht einfach, mit meinen Feuer-Pokémon zu gewinnen. Feuer-Pokémon haben keinen guten Stand gegenüber Steins-Pokémon. Das hört sich so an, als wäre Hydropie gefragt, aber später mehr. Hast du schon die Arena-Leiterin ausgefordert? Wenn man den Glänzenden Arena-Orden in Arnd hält, wird einem bewusst, was es heißt, ein Trainer zu sein. Okay, das sieht fett nach der Arena aus, da links von diesem langweiligen Haus wo reingehen, ne? Ein Wanderer. An verschiedenen Orten gibt es verschiedene Pokémon und natürlich auch verschiedene Menschen. Ich finde es faszinierend, deshalb besuche ich auf meinen Reisen auch ganz verschiedene Orte. Gibst du deinem Pokémon-Spitznamen? Ich habe einen echten, coolen Namen gegeben. Aber immer, wenn ich laut meinen Namen rufe, kugeln sich die Leute vor Lachen. Jetzt ist trotzdem los, meinen Bummels aus deiner Sammlung gegen meinen Makuhita zu tauschen. Nein, ich habe keins. Oh echt, schade dir, geht ein echt gutes Pokémon. Wie sie einen neugierig machen, wie das Pokémon heißt, muss der jetzt tauschen. Dass du weißt, wie das Pokémon heißt. Dann habe ich das mit dem lächerlichen Namen. Ist das die Arena? Ich dachte, dass das daneben wäre. Das sieht so aus. Das ist das aber links auch. Zwei interessante Orte. Wo geht es denn hier eigentlich lang? Ich muss mal so gucken. Okay. Ja gut, die Arena. Genau, wir stürmen die Arena. Komm schon, wir stürmen die Arena. Mir egal, mir egal. Im nächsten Part. Ist der Daumen oben, wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao.